Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. 500 Gramm Heidelbeeren 3,99 Euro, 1 Kilogramm Frische große Bratwurst 7,99 Euro, Ermann Almichurt 33 Cent, 1 Kilogramm Mövenpick oder Eiles Kaffeesorten 9,99 Euro, 150 Gramm Korni-Riegel 1,99 Euro, 650 Gramm Traubenrot 2,99 Euro, 400 Gramm Sanluka Erdbeeren 1,99 Euro, 2 Kilogramm gut und günstig Tafelapfelrot 2,99 Euro, 1 Kilogramm gut und günstig Bananen 1,11 Euro, 1 Stück Gurken 49 Cent, 150 Gramm Kopfsalat oder Gartensalat Mix 1,99 Euro, 500 Gramm Edeka Bio-Zitronen 88 Cent, 1 Bund Blattsalat Mix mit Wurzelballen 1,00 Euro, 100 Gramm Bio-Feldsalat oder 125 Gramm Rucola 1,99 Euro, 100 Gramm Tiroler Kaiserkalb 3,29 Euro, 100 Gramm Schweinekoteletts 1,49 Euro, 100 Gramm Lamm Steak-Hüfte 2,29 Euro, 100 Gramm Zarte-Lamm-Lachse 3,49 Euro, 100 Gramm Iberico-Schweinefleisch 2,99 Euro, 100 Gramm Fleischkaseaufschnitt 1,19 Euro, 100 Gramm Frühstücksschinken 1,69 Euro, 100 Gramm Tiroler Schinkenspeck 2,99 Euro, 100 Gramm Original-Italienischer Putenschinken 2,49 Euro, 100 Gramm Italienischer Harnchenschinken 2,49 Euro, 100 Gramm Mini-Würstchen 1,11 Euro, 100 Gramm Wiesenhof Geflügel-Salami 1,79 Euro, 180 Gramm vegetarische Schnitzel mit Gouda 2,49 Euro, 100 Gramm Bio-Schinkenwürfel 1,50 Euro, 100 Gramm Schnittkase mit buntem Pfeffer 2,79 Euro, 100 Gramm Bioland Hubertus Krauterkase 1,99 Euro, 100 Gramm Scharfer Max Schweizer Schnittkase 2,49 Euro, 100 Gramm Schweizer Hartkase 2,49 Euro, 100 Gramm Doraden Royale 1,49 Euro, 100 Gramm Cabellau-Filets 2,29 Euro, 100 Gramm Seelachs-Rückenfilets 1,99 Euro, 400 Gramm Gut- und Günstig-Schlemmerfilet 2,49 Euro, 15er-Pack Iglo-Fischstabchen 2,99 Euro, 1 Liter Schwarzwaldmilch, haltbare Weidemilch 1,39 Euro, 250 Gramm Wein Stefan Schlagrahm oder Sahne zum Kochen 1,19 Euro, 225 Gramm Rama-Butternode Palmöl-Frei 1,19 Euro, Ermann Früchte-Quark-Sorten 89 Cent, 400 Gramm Edeka Bio Vollkornbrot 1,99 Euro, 1 Liter Berchtesgadener frische Bio-Alpenmilch 1,39 Euro, 500 Gramm Bio-Dinkelgrieß 1,49 Euro, 500 Gramm Rote Beete gekocht 1,99 Euro, 500 Gramm Bio-Naturjoghurt Mild 1,59 Euro, 200 Gramm Nescafé Klassik Kaffee, Fernfuro 55, 16 Stück Dalmaier Kaffeepads 1,69 Euro, 170 Gramm Barenmarke, genussvolle Kaffeemilch 79 Cent, 175 Gramm Lorent Erdnusslocken oder Saltlets 1,29 Euro, 20er-Pack Messmerfrüchtetee 1,49 Euro, 160 Gramm Thunfischsalat 2,00 Euro, 220 Milliliter Feinkost-Sauce, Mayonnaise oder Ketchup 1,49 Euro, 800 Gramm Erasko Fertiggericht 1,99 Euro, 76 Gramm Gewürzgurken 1,79 Euro, 500 Gramm Wernet Blütenhonig cremig 4,99 Euro, 100 Gramm Gebauersbergkase 1,09 Euro, 1 Kilogramm Rispentomaten 1,99 Euro, 2er-Pack Mini-Roman-Assalat Herzen 99 Cent, 500 Gramm gut und günstig Paprika Rot 1,59 Euro, Kerrygold irische Cheddarscheiben, Butterkase oder Reibekase 1,49 Euro, Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.